Sagen wir das mal so ja. So einfach ist das ja gar nicht. Nee. Aber dann hättest du mehr Sachen. Obsidian Glass kriegst du dann auch dazu. Richtig. Aus denen kannst du Obsidian Scheiben machen und dann kannst du Tanks wieder draus bauen, ne? Ja. Gar nicht. Ups. Blutsch. Ein bisschen schon komisch aufgebaut, aber nur wegen diesem Siegel, ne? Was man da jetzt bekommen hat, was du jetzt hast. Ja, klar. Wegen den Siegeln, ist das so. Dann gibt es die Fusion Reaktor, also muss dann irgendwas kommen, was ich jetzt unten schon aufgebaut habe gestern. Was ich da gebaut habe, diese Fusion Reaktor. Wie kommt man hier? Hatte ich ja gestern schon aufgebaut. Wenn du das jetzt mal so detektest. Ja, warte doch erstmal. Ja, schön. Lass mich doch irgendwie raus. Dann kann ich schon weitermachen. Ja und? Ist mir doch egal. Mir doch egal. Mir doch egal. Dann gucke ich so lange nach dem Bienen. So. Also jetzt ist er gleich oben und hat das gemacht und ich bin irgendwo. Einmal rutsch der Welt. Dann ist das, was es da gibt. Okay, ist nicht wirklich viel. Das ist eigentlich total chillig gewesen. Ja, deswegen auch Nightmare. Wegen der Diskette, ne? Manu ist sub. Zwei Nethercube. Ich habe zu viel dabei. Toll. Wie immer. Äh, ne. Darf er nochmal nicht. So. Das, 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 das. Verbevels? Oh, scheiß drauf. Cloud in der Border habe ich schon wieder bekommen. Naja. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Das, 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 das. Das brauche ich nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Kleine Ruhr, pick up. Nethercube, okay. So. Äh. Oh, ne. Und ich habe die doch schon, und ich habe, weiß nicht, ich habe das Ding doch gestern aufgebaut. Ich trottel. Und jetzt musst du es nochmal aufbauen, ne? Ja, ich kann es nochmal abbauen und nochmal aufbauen. Fusion Wall. Ja. Da ist irgendwas mit Nether. Ist da. Oh, Nethercube. Fusion Wall. Naja, das ist ja nicht teuer, das ist halt nur. Ach, die Matze habe ich glaube ich sogar noch alle. Reisen habe ich glaube ich Massenbeide. So. P2 habe ich auch noch. Äh. Hintercube, der ist für was anderes noch. Meinst du behalten. Ja. Ich meine nur eigentlich den, den Ding gebaut. Äh. Ich brauche Eisen, Eisen habe ich in der zweiten Etage, der lädt auch. Und. 4 Billions habe ich jetzt. Ja, wir haben glaube ich sogar noch mehr. Muss ich Eisen mitnehmen. Die VM Wall, hast du die schon platziert? Ja, die rot habe ich schon platziert. Ich habe hier die schwarze. Boah, hast du schwarz gesagt? Ja, ich habe schwarz gesagt. Boah. Elm, wo ist ein Black? Blacky. Hier vorne glaube ich. Blacky. Stell mir Blacky im Regal ab. Kann man den nicht aufeinander stacken? Was? Man muss die eben auf, äh, raufklicken, um die aufeinander zu stacken, ne? Die Wolle. Warum stacken? Ja, wie jetzt? Die VM Wolle. Ja. Sonst kannst du die nicht aufeinander stacken. Ich nehme die immer mit Shift-Links-Klick aus der Kiste raus. Denken die sich auch. Ja, ja. Laber nicht. Wolle ich wieder eine Workbench stellen? Ach, das müssen wir hier auch noch machen. Transfer Note. Und Mining Upgrade. Ja, ja. Transfer Note haben wir doch irgendwo, ne? Einmal. Einmal. Keine Ahnung. Das habe ich wieder 36 einfach gemacht, wie ich vorher auch gemacht hatte. Klein Reward. Kommen wir noch ein Legendary Pack. Ja. Ja. Ja, schmeiß ich da. Da sind doch. Concern Note. Liquid. Steht da. Ob das auch in Ordnung geht? Oh, die Honey Drums. Items. Ach, fick dich doch. Ähm. Legendary. 50 Cineva. Oh mein Gott. Das Schlechteste, was man kriegen kann. Transfer Note. Tip, 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 tip. Item. Dafür brauche ich einen. Okay. Bam, 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 bam. Der Slaps, also Stone Slaps, Glas, Redstone. Nethercube. Nehmen wir mal das Stoner und mal aus der Kiste, ne? Ja. Boah, ich im Fall brauche gerade. Ja, und dann jetzt kriegen wir gleich das End, ne? Das weißt du, ne? Hä? Gleich kriegen wir das End. Ja. Cool. Dann ist das hier wie. Haben wir irgendwo noch Glas gehabt, weißt du das? Äh, in Brennkiste. Ich glaube, wir brauchen jetzt 20 Nethercube. 20? Ja, 20. Ich habe zwei. Ich habe auch zwei. Einen oder zwei haben wir noch in der Kiste. Oh, oh, du, 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 du. So, jetzt sind wir noch verarscht, oder so. Warum sollen sie ein Nethercube? Das hier brauche ich? Oh, das hätte so ein Magnet an. Ich habe ja nichts ausgemacht. Oh, dankeschön. In welcher Bank ist da mit dem Glas? Da, wo der Ofen ist. Hier. Hier ist Glas drin. In der Brennkiste. Seit wann ist denn da Glas drin? Da ich gestern Glas gebraucht habe. Aha. Da wir haben uns zwei Stärks reingerufen. Äh, warum? Weißt du, wie viel Sand wir mittlerweile haben? Hab ich dir das erlaubt? Durch die Mobfalle? Hab ich dir das erlaubt? Hab ich das erlaubt? Hab ich das erlaubt? Ja, ich will mir das. Oh, du, Partan. So. Okay. Hier habe ich gar keinen drin. Du hast zwei, ne? Hä? Die in... ...reingepackt? Nee, hast du nicht. Nee, habe ich hier. Bei mir. Okay, die brauche ich. Brauchst du? Ja. Na ja, so. Du, dip, 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 dip. Oh, schön. Nom, 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 nom. Da. Oh, ich will Wizzar wieder haben. Wizzar. So, was brauch ich mir denn noch? Zehn Stück, das sind nur noch drei, das sind sieben. Ein Redstone-Block, eine Kiste, Stein und Redstone. Oder mit Helium. Dip, 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 dip. Oh, ich stelle das hier, Helium. So, ein davon. Können wir, glaube ich, auch bestimmt herstellen. Zwei davon. Eine Chess. Wir müssen echt mal erstmal ein Crafting-Table beim Hermesystem entstellen. Ah, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, heute zu machen. Du, 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 du. Helium. Das wird nicht immer da hinten hinrennen. Nehmt einfach, äh, die Workbench mit. Helium, kein Rezept. So. Helium. Ah, Helium. In dem Helium. Äh. Der Brauchstand schwebt da jetzt in der Luft. Okay, wir müssen. Okay. Droh. Goon. Infusion-Champel. Das haben wir. Mining-Upgrade. Das versuchen wir jetzt aus. Vier Stück. Dede, dede, baradam, baradam. Lapis. So. Also bei zwei Eisenspitz-Sacken. Acht Iron. Du, du. Und acht Lapis. Okay, so braucht mein Helium. Alles klar. Für Helium brauchen wir pro Ding. Hier. Okay, wir brauchen... ...4 Stacks pro Nethercube. Was wir brauchen? Achtzig Stacks, lol. Sticks... ...down. Und zwei, ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Alles weg. Ich merks. Ich brauche noch mal von diesem Hydro. Ein, zwei. Ich brauche noch mehr. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Zwei Stück kriegt man davon. Hier noch da rein. Zwei. Vier Stück. Okay. Sorry, ich wissen, so ein ländliche laufen hier. Mal gucken, wie wir rauskriegen hier. Wenn wir so ein paar Fusions da bauen. Was, die baue ich jetzt gerade? Hä? Ich habe nicht mit dir geredet, du Affe. Ciao, bitte zu Mick. Dank. Zuck. Zuck, 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 zuck. Mal Helium. Ach. Ich habe auch dann, dass du dann acht von den Upgrades hast. Oh, lol. Und viel Spaß. Wird nicht teuer. Habe ich doch gleich schon. Ach so. Ist doch nicht teuer. Nicht teuer, sagt er. Nö. So. Hups, falsch mich. Man braucht für ein Upgrade. Ähm. Insgesamt. Sieben Eisen. Zwei Sticks und vier Lapis. Kriegt man zwei Mining Upgrades raus. Dann geht das ja noch. So, das ist auffällig. Oh, so viel Hydro haben wir gar nicht mehr. Was ist das denn? Factory Block. So, erstmal das weg, das weg. Das weg, das weg. Das stecke ich auch da rein. Das da rein. Das steckst du da rein. Das. 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 Deine Oma. Das. 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 Wasser, okay. Schimmeljournal. Was ist das denn? Das Wasser, still water, ja gut. Fängt man ja. War jetzt noch für den Nether Star. Dringend nötig. Also drei können wir töten. Hätten wir schon sieben. Müssen wir nur noch 13 herstellen. Netherbrick. Hier, Netherbrick, ne? Ich hab hier so ein Chemie-Journal. Grad bekommen. Wir brauchen 3.328 Helium. Naja, weg mit dem Buch. What the fuck? Das da rein, das da rein. That, that, that. So. Wofür Helium hart zusammenkriegen, das ist natürlich heavy. Ach, das ist ein bisschen hart. Okay, claim. Ah, nee. Ah, nee, wir brauchen das Feuer, bevor wir ins End gehen. Aber mit dem Endgarten mag ich so reingehen, ne? Ja. Zack. Wir haben, glaub ich, noch irgendwo welche Bögen oder so. Oder auch nicht. Zack, rein damit. Wahnsinnig schnell ein. Wir brauchen ja eh nicht da im End. Gehen wir aber mal auseinander. Zuck, zuck. Ähm, dafür brauchen wir zwei. Also aus Einkommen ist es zwei, da haben wir nicht das zu machen. Zwei, vier, sechs, acht. Vier Bahnen muss ich nochmal zerkleinern. Weil ich hab erst die Hälfte. Oder vier. Ich glaub, das reicht trotzdem nicht, weil... Zwei, drei. Also, halt. Oder wie das heißt, boah hier auch noch. Aber wie krieg ich das denn raus? Oh mein Gott. Achso, nee, das mach ich ja. Körper, Nico. Körper, Körper, Körper. Ähm. Wieder in der Liste drin. Abfaktor. Es ist. Das brauch ich, das brauch ich. Gibt auch noch H. Oh nee, Zink und... Adlarus. Boah. Adlarus brauchen wir noch. Ich glaub, davon hab ich nicht mehr genug. Oder?